Hallo und herzlich willkommen hier in der VHS Geschäftsstelle in unserem wunderschönen Gesundheits- und Trainingsraum. Mein Name ist Detlef Gerdt und als Personal Trainer, Ernährungsberater und Medical Fitness Coach begleite ich normalerweise Menschen hin zu ihren ganz persönlichen Wunschzielen. Hier in der VHS habe ich auch einige Kurse und einen ganz besonderen, den ich euch heute anbieten möchte, unseren Functional Fitness Kurs. Was ist das Besondere an diesem Kurs? Der Kurs findet hier live in unserem Trainingsraum statt. Zeitgleich könnt ihr aber auch zu Hause in einer gesicherten Cloud, die nur für den Teilnehmerkreis freigeschaltet wird, via Passwort gesichert, könnt ihr zu Hause das Training auch von dort verfolgen. Schafft ihr es also an einem Tag nicht live hier dabei zu sein, könnt ihr live zu Hause das Ganze mitverfolgen. Wenn ihr das dann im Tag gar nicht schaffen solltet, sondern vielleicht erst am nächsten Tag Zeitgab, dann habt ihr die Möglichkeit, das Video, was dann gleichzeitig in dieser Cloud eingestellt wird, zu starten und zu Hause an eurem PC oder Smart TV das Training einfach nachzuholen. Was erwartet euch im Training? Wir werden hier verschiedene Trainingsformen durchführen, indem wir mit Freeletic-Übungen, mit Tabata, mit Crossfit-Elementen und auch hier mit den Trainingsgeräten, die wir im Hintergrund haben. Keine Angst, ihr braucht zu Hause jetzt keine Trainingsgeräte zu kaufen. Ich habe dann immer noch eine Alternative, mit denen ihr euer Wohnzimmer zum Fitnesscenter umgestalten könnt. Das haben wir in unserem Pilotprojekt schon erfolgreich durchgeführt. Mit diesen Elementen werden wir also das Herz-Kreislauf-System trainieren. Wir werden die Muskelgruppen von den Füßen bis zu den Schultern trainieren und das Ganze in einer Intensität, die ihr selber bestimmen könnt. Die Intensität, ja, manchmal ist das ja so, Tagesturm entscheidet. Dann ist man vielleicht nicht ganz so gut drauf und möchte sich nicht komplett verausgaben. Ich gebe mal in einer Übung ein Beispiel. Wir nehmen mal den Jumping Jack. Da habe ich die Möglichkeit, das Ganze etwas ruhiger zu machen, ja, auch wenn die anderen in einer stärkeren Frequenz unterwegs sind. Oder ich nehme den Beat der Musik auf und arbeite das Ganze etwas schneller durch. Also keine Angst, ihr habt hier die Möglichkeit, egal ob jung, ob alt, mit Fitnessvorkenntnis, ohne Fitnessvorkenntnis in den Kurs hineinzukommen und Spaß und Freude zu haben. Ja, ihr könnt das Ganze auch gerne ausprobieren. Am 21.02. starten wir einen Schnupper-Tag, Schnupper-Kurs-Tag, an dem wir dann hier um 17.15 Uhr das Training mal vorstellen werden. Für euch ist das Ganze kostenfrei und unverbindlich, also schaut gerne rein. Ich bin sicher, ich werde euch mit dem Training so begeistern, dass ihr eine Woche später am 28. live mit dabei sein wollt. Bis dahin sage ich noch einen schönen Abend und tschüss, bis dann.